Oh! Oh! Ah wie lieb! Hallo! Das klingt aber gut an! Guten Tag! Wir stehen ja auf Mike, kommen und winken einfach! Erstmal tanzen! Oh, er ist voll cool! Das fand ich cool, das war ne schöne Spieleinterpol... Das war ein schöner Anfang für die Folge! Hoffen wir, dass es weiter so geht! Oh, ein Besen! Oh, ein Besen! Oh nein, Renan! Ja? Was war das für ne elegante Drehung? Was? Wow! Voll dumm aus, wenn man sich einfach nur auf eine Stelle dreht! Ich will mitmachen! Okay, wir sollten... äh... äh... Obwohl, du bist ja noch nicht im Top drin! Oh, immer diese Formalien! Immer wieder! Immer diese Formalien! Ach, wann müssen wir noch täglich ne Herausforderung gucken? Ja! Oh, ist zu früh, ey! Ganz ehrlich, ne? Ich brauch auf jeden Fall Geld! Ich bin wieder pleite, wie immer! Emote! Ach, deswegen hat er das benutzt! Weil man heute ein Emote einem Spieler gegenüber benutzen soll! Ja! Dreimal das schaffen! So, tägliche Herausforderungen! Geschäft in Rhodes! Fische mit künstlichen Kö... äh... Geschäft in Rhodes, Himbeeren... Muskellunge ist auch so ein wumischer Fisch! Fische fangen ist nicht so unser Ding! Verstecke ausgeräumt! Boah! Das ist was für uns! Oh! Ja, darfst du erstmal was machen! Verstecke ausräumen macht Spaß! Das stimmt! Nee! Nee! Okay, wir sollten... äh... was hatten wir vor? Ja! Deine Schwarzbrennerei wurde vorübergehend geschlossen und ist inaktiv, solange du Mitglied eines anderen Trupps bist! Ach so! Ach so! Dass das Wichtige mehr als am Ende des Satzes steht, ne? Ja! Ja, ne? Man denkt sich erst mal so... Das hab ich falsch gemacht! Ja, genau! Aber wir müssen Schwarzbrennerei auch mal machen! Aber irgendwie... Ja, das stimmt wird! Weil wir müssen dann lernen und das Lernen ist anstrengend! Ja, warte, was haben wir vorübergehend? Ich denke halt eigentlich trotzdem ganz stabil, muss ich sagen, als Stadt. Es ist natürlich dreckig und schlammig! Dreckig und schlammig! Aber ich find's trotzdem gut irgendwie! Es ist so ne typische Westeranstalt! Es gibt so ne Einkaufsstraße! Es wirkt sehr lebendig, die Stadt! Ja, es ist einfach die typische Westernstadt, ne? Also... Wirklich! Also das ist so krass gemacht! Oh! Oh! Und unserem Lieblingshaus! Oh mein Gott! Ich hasse dieses Haus so sehr! Das sind sehr starke Emotionen, find ich nicht auch! Gegenüber einem Haus, ich weiß nicht! Wir gehen in einem angemessenen Tempo! Oh! Hier auf dem Kamin sitzen wir nicht! Okay, dann im zweiten! Guck mal! Ne, hier ist es... Hier ist es weniger! Dann oben! Dann oben! Nein! Ah! Oh je! Oje! Ah! Rumsäck! Ich geh in das nächste Zimmer! Ne, hier ist es wieder weniger! Das müsste bei dir sein! Oder an der anderen Seite! Nein, in dem Beide! Ich hab natürlich in dem, wo wir beidinnen immer... Immer in der Demo! Ja, auch da sind die Tische! Ja, da, da ist wieder ein Kamm. Den Kirschbaumkamm haben wir auch schon häufiger gesagt. Können Sie bitte den Kirschbaumkamm aufnehmen? Es gibt einfach Orte, wo was zusammen... Oh mein Gott, wo was zusammen... Wo man andauernd vorbeikommt und dann hat man diesen Gegenstand halt hunderttausend Mal. Ja. Aber gut, das gibt Geld, ne? Geld ist immer gut. Ach, der ist ja interessant. Man kann... hä? Dieser Raum hat drei Türen, wie überflüssig. Wie überflüssig? Das wäre voll gruselig, wenn ich überflüssig wäre. Ich find's hier schön. Wenn man hier wohnen würde... ... so drei Türen. Ich muss doch... hä? Nee. Ja, ich geh jetzt runter, tschüss! Kann ich nicht hier hinsetzen? Oh, schade, ich kann nicht hier hinsetzen. Yeah. Oh. Ich modell. Setzte deine Serie fort? Achso, ja, dankeschön. Spiel. Also ich seh ja gut aus. Okay. Warte. Wohin wollen wir eigentlich? Ah, ist wieder Muckban-Teil. wie du immer was ist bei auch nicht gut das soll spieler auf der karte lasst dir mal hallo sagen wir nicht immer nutzen wo denn ja jetzt ist er weg dann mache ich meine machen meine ein wegpunkt bei roth also wir sind gerade am tag nach gestern ja heute sind wir müde weil wir in den urlaub fahren naja also ist weit weg wegen der aktuellen situation ist das jahr schwierig das war vor endlich mal ich brauche urlaub unbedingt auch schon seit 100 jahren ja genau also okay das ist ein spieler guten tag über kutsche auch wenn wir die kutsche körpern und spiele einsammeln und leute einsammeln das ist aber keine keine musikin hallo ich kann die nicht anvisieren ich hasse kann es nicht mal drehen ich kann nämlich hallo sagen wenn ich auf dem pferd sitze bin ich scheiße jetzt egal also steht da worden er hat voll den stil er hat echt voll den guten stil also sieht mein arfer aus im hauptspiel ich tatschte alles klar oh nein ist weg ja ich wie schlecht hast du eigentlich getanzt ich kann und fange an zu tanzen gehen die leute weg bin ich nicht naja denkt der sich so boah nee was ist denn jetzt los universal nee oder guten tag wo уже was denn hier für eine kurde kutschen action ouais ich muss mein pferd mal heu geben Hier, friss! Ach wow, siehst doch, ich hab die ganze Zeit Blackwater am Kopf. Oh nein, ein Wildcat! Hat sie wegen den Kakteen vibriert? Bestimmt, ne? Das war ja nichts. Ja, bestimmt. Das ist ein bisschen nervig momentan. Das ist wild, dass jetzt alles vibriert. Das gefällt mir nicht. Da fällt ein... äh... Da fällt ein... äh... Okay. Das ist ein bisschen stört. Das ist so der Rock immer, wenn man Rock anhat, der so ein bisschen buggy ist auf dem Pferd. So. Ja. So. Ja. Ja, das Problem hab ich nicht, weil ich keine Röcke anzure. Ja, das sind Röcke nur mal ganz cool bei so einem Tag. Ja. Ich bin auch in echt... irgendwie hab ich... nicht mehr Röcke an. Das ist eigentlich auch sehr bequem, muss ich sagen. Ja. 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 Dir steht das ja auch. Ich sehe, ich würde mich in einem Rock nicht sehr wohl fühlen. Weil das einfach nicht mein Ziel ist, so. Ja, jedem darf seine. Ja. Ja. Ui. Ne. 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 Reisestrecken. Ne. 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 Oh, dein Pferd sieht nicht so gut aus. Ja, ist auch gerade nicht so gut drauf. Hier, ist was. Das ist echt schmutzig. Das sagst du ja immer zu meinem weißen Pferd, aber das ist diesmal echt schmutzig. Ja, sorry, ich putz das gleich. Also wirklich, kümmer dich mal um dein Pferd. Ja, hoch guck mal, ein Fuchsi, ein Fuchsi. Hallo. Oh, nein, nicht drüber ran. Nein. 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 Alle Knie rücken vor. Oh, Risiko. Oh, da sind noch ein Spieler, Spieler zu Spieler zu Spieler. Wir müssen Hallo sagen. Ah, wir sagen Hallo. Wo ist der Spieler? Oh, das muss Hallo sagen. Ey, Sahneschnitte. Oh, da hattest du die selbe Zeit wie du. Nicht störend. Hallo. Ich kann ihn nicht angehen, weil du wieder vor mir stehen würdest. Kudu. Hallo. Okay, was ist mit seinem? Was ist mit seinem? Okay. Was ist denn noch? Ja. 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 Es ist verwirrend, dass er mein Pferd mit deinem Sattel hat. Das ist verwirrend. Oh. Wirklich? Mein? Hat er einen roten Sattel, den ich auch hab? Ja. Oh, das finde ich ganz schlimm. Er hat mein Pferd mit deinem Sattel. Nein. Warte, ich ruf mal mein Pferd kurz. Oder? Das ist doch deiner. Ja, das ist mein Sattel. Das ist ganz verwirrend. Was? Die Scheibenkleister, ey. Die Scheibenkleister, ey. Okay, was tust du hier? Hältst du voll den Verkehr auf? Ja, ne? Ich bleib jetzt hier stehen. Ich mach das nicht, aber ich bleib hier stehen. Ich glaub, das gibt Stress. Irgendwann werden die bestimmt mich einfach über den Haufen fahren. Ja, ich geh einfach vorher kurz in den Shop rein. Ja. Dankeschön. Out of the damn way. Mal sehen, wie lange das dauert. A very good morning to you. Oh. Oh, okay. A very good morning. Oh, du bist... Du bist einfach wegerschoben worden. Oh, ich bin gespannt, wie die das regeln wollen. Okay. Oh, sie haben es tatsächlich nicht bekommen ohne Exika, Abolage zu machen. Okay. Was passiert? Voll ja unnötig jetzt, aber... Das weiß keiner mehr, wir haben den... Wir haben die Straßenordnung durcheinander gebracht. Ja. Aber ich möchte sehen, ob sie das lösen können. Was ist eigentlich, wenn man hinten auf den Kutsch wieder steigt? Dann ist das nicht gut. Das hab ich schon mal ausprobiert. Äh, ne. Er... Oh. Nein. Nein. Okay. Oh! Oh, cool! Ich fach... Dui! Hallo! Oh, mein Gott! Oh, das fand er nicht so schön. Danke! Tschüss! Tschüss! Äh... Okay. Ich glaub, wir sind dran. Äh... Oh, hä? Tschüss! Wir haben die Kutsche... Oh Gott, wir machen mir wieder nur Mist! Wir haben die Kutsche nicht geklaut, ja? Ey, warum schleiche ich? Wir gehen zwar immer weiter... Oh, ich bin hier auf dem Balkon! Ah, da ist auch ne Treppe hoch. Ja, okay. Dann ist das ja gar nicht so spektakulär. Aber es hat noch mehr schwarze Elemente in meinem... In meinem... Irgend da... Hä, wo ist denn der... Ach, der eine Typ ist, glaub ich... Sorry, Madame. Ähm... Ich hab' nicht richtig... Madame! Gott! Hier ist echt jetzt ein bisschen Karam... Also ein bisschen... Voll das Straßenchaos gerade, was du so rausgelöst hast! Oh, die stehen einfach nur zlöd rum! Ich würd' gerne da hoch! Ach, da ist doch Treppchen! Oh, eine Madame! Eine einsame Madame! Okay... Hoppala! Da bin ich wieder runtergesprungen! Das wär' nicht so schlimm! Aber wir müssen jetzt doch nicht wieder Stress anfangen! Ja... Wir wollen die Folgen ja jedenfalls halten! Ich will hoch! Ich kann da nicht hoch! Äh, ich bin auf das Dach hier! Ja! Dieses kleine Fort... Ach, da bin ich hier! Okay! Ja, von unten hoch! Wow! Ja! Ach so, hier hoch! Dann geht das nicht? Nee! So, das was? Dann kannst du auch drauf springen und dann... Nee! Warte! Ich kann die Fenster laden zu machen! So, hier muss ja Ordnung geschaffen werden! Wow! Da, das hier! Wow, das! Das ist ganz cool! Ja, geht, ne? Ja! Auf der Coolheitsskala hast du das auch so mittelmäßig! Ja! Ich bin so cool! Hallo! Hoppala! Nein! Weil du da dran hängst, konnte ich da nicht dran hängst! Ganz schlecht bin, ey! Ja, ist wieder Mokbang-Zeit! Ich muss mal wieder ein bisschen essen! Ich glaub, man hört das gar nicht so doll! Sorry! Das find ich gut! Also, ich krieg das nicht so sehr mit und dann sollte es ja auch... Oh, das ist voll der Schöne! Einfach alles angucken! Obwohl man schon hundertmal in der Stadt war! Oh! Aber so diese einzelnen Ecken hat man sich nie so detailliert an! Das stimmt! Und die sind verdammt detailliert! Oh! Hä? Was denn? Aufnahme ist bei mir beendet! Oh! Enf ут zwei 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 vier 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 Untertitelung des ZDF, 2020